Mit der weiteren Entwicklung der BTU haben sich Stadtverordnete in Senftenberg beschäftigt. Beim Treffen des Wirtschaftsausschusses auf dem Unicampus bekräftigten sie, die Zusammenarbeit und den Austausch mit der Universität weiter zu intensivieren. Nachgedacht werden solle unter anderem über städtische Angebote für Studierende. Zwei weitere Themen wurden von der Tagesordnung genommen. Für den angedachten Senftenberg-Gutschein gäbe es noch Gespräche mit dem Gewerbeverein und die Richtlinie Bauplatzvergabe an Familien wurde an den Bau- und den Sozialausschuss abgegeben. Der Antrag für eine öffentliche Toilette in der Gartenstadt Marga wurde mehrheitlich abgelehnt.